Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, ich bin ein bisschen aus der Brust, ein bisschen schnell gelaufen. Ich war gerade im Kaufland. Leute, fast alle Kassen zu. Also nicht zu, also geöffnet. Schlange bis zu den Spirituosen. Was schlimm ist, Leute sind aggressiv, genervt, machen keinen Platz, haben überfüllt den Einkaufswandel. Also ob morgen, was weiß ich, ausbricht. Ich verstehe jetzt nicht, warum man so aggressiv sein muss. Wir müssen es so hinnehmen, wie es ist momentan. Wir können es nicht ändern. Naja, es folgen noch ein paar Videos zu Corona. Da mein Handy ja kaputt ist, wisst ihr ja. Die Daten ja draufschau, ich kriege das gesichert. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, abonniert den Kanal, einfach die Glocke und dann bekommt ihr weitere Infos. Ich wünsche euch trotzdem noch einen tollen Tag. Euer Markus. Die Daten ja draufschau. Oder eignralen Tag? Die Daten ja draufschau. ٹ